Hey, da seid ihr wieder. Ja, ein bisschen länger gedauert, bis ich mal wieder ein Video machen konnte, weil wir haben auf der Arbeit viel zu tun. Kraftfahrer, Weihnachtsgeschäft, immer viel los. Und trotzdem muss ich mal eine Pause machen. Die sind gesetzlich vorgeschrieben und die mache ich meistens in Bad Marienberg bei Papis Amisburg. Das sind Abi und Autoladen und der hat super günstige Angebote. Und ich würde mal heute eins vorstellen. Ich muss zufälligerweise Wäsche waschen. Mein Ikea-Körbschien ist voll. Und ich sehe oft, dass mal irgendwelche Reviews der Dings, der Sacki macht ja gerne mal welche, über auch Outdoor-Bekleidung und dann zeigt er auch gerne seine Klamotten von Gams. Andere zeigen ihre Sachen von Northern Face oder von, na, die Firma mit der Tatze. Und ich halte diese Sachen für zu teuer. Missverständlich ist klar. Man muss ja Geld dran verdienen und der Automarkt in Deutschland ist nicht so groß oder in Europa wie zum Beispiel in Amerika oder überhaupt auf dem amerikanischen Kontinent. Von daher muss das ein bisschen teurer sein, weil der Markt nicht so ganz das von der Marge her geht. Allerdings, ich traue mich dagegen, mir solche teuren Sachen zu kaufen. Hier zum Beispiel, das ist eine Trekkinghose. Die habe ich mal gekauft bei Lidl. Die ist von Kribbit. Die ziehe ich Sommer wie Winter an. Im Sommer schwitze ich nicht drin. Im Winter friere ich nicht drin. Und die ist atmungsaktiv. Hat ja auch wunderbare Taschen. Aber darum geht es nicht. Es geht zum Beispiel um Pullover. Wenn einer zum Beispiel mit einer Bundeswehrhose rausgeht. Die ist ja nur relativ simpel gemacht. Ist aber sehr widerstandsfähig. Kostet meistens so wie 20 Euro. Also sowas benutze ich oder halt die. Und wenn es richtig kalt wird, da greife ich dann zum Beispiel zu so einer langen Unterhose von der Bundeswehr. Schön mit Eingriff, damit man auch, ne? Und die kostet 3,50 Euro. Die trage ich auf der Arbeit. Die trage ich auch zu Hause als Schabberklamotten. Das ist super warm. Super günstig. 3,50 Euro. Das ist geschenkt. Das ist unflagbar. Oder zum Beispiel, ich habe auch noch das Preisschild hier an. Diese Pullover, ich hatte die auch schon mal in Videos an. Das sind Rollkragenpullover, wo man die, wo man den Rollkragen praktisch aufmachen kann. Ist da was drin. Ja, 100% Baumwolle. Bei 95 Grad waschbar. Bei Stufe 3 kann man die bügeln. Aber ich bügeln sowas nicht. Da ich doch auf der Arbeit eh ne Jacke drüber trage. Aber die sind saubequem. Für 3,50 Euro. Echt schenkt. Also ich habe bei Papis Amistar das ganze Dingle gekauft. Das waren noch so 6 oder 7 Stück. Das muss man sich überlegen. 3,50 Euro. A7 sind 29, äh. 3,50 Euro sind 24, 50. Und das ist geschenkt für 7 Stück. Arschwecken zugreifen. Die sind wirklich saubequem. Die sind auch recht lang. Also man kann sie in die Hose reinstecken. Das ist nicht wie bei vielen Pullover. Lassen sie gerade bis zum Bund gehen. Und das war es dann. Sind in der Größe her. Ich sage mal so, das ist jetzt Größe, ich bin ja nur wirklich kein Leichtgewicht mehr. Das ist jetzt Größe 7, 44. Also schon Mode für mollige Männer. Ja, und Modig sind sie nicht. Muss ich so sagen. Von der Farbe her und so. Aber darum geht es ja beim Buschwaffen. Wir wollen ja nicht schön aus. Wir sind ja nicht auf der Mondenschau. Wir sind ja nicht ein bisschen drauf auf der Kühl. 3,50 Euro. Ich zeig's nur, du musst in das Preis stellen. Wo ist es denn? Ach ja. So, dass ich nicht lüge. Da. Ja, das auch mal jetzt mal ganz kurz im Video, weil ich die jetzt heute gekauft habe. Lange Unterhose. 3,50 Euro das Stück. Drei Stück waren noch da in meiner Größe. Das heißt, kräftigen Hintern. Aber kleine Beine, kurze Beine. So, das nur mal kurz wieder so als Discount-Buschkraft. Danke für das kalte Wetter. Danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt Wäsche waschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bewertungen, Kommentare. Neues Subscriber wird gerne gesehen. Tschüss, ganz willkommen. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.